Moin und hallo aus Kölbe in Hessen. Wir sind heute im Postcode 35091EM, denn hierhin geht unser vierter Straßenpreis im Oktober. Diesen Tag wird unsere Gewinnerin wohl so schnell nicht vergessen. Sie gewinnt 20.000 Euro und außerdem einen nagelneuen BMW 1er. Hallo, hier ist die deutsche Postcode Lotterie. Wow, geil. Super, 10.000 Euro. Ja, jetzt darfst du jubeln. Wow, wo ist die Welle? Sie haben nämlich zwei Lose. Ja. Sie wissen, was das bedeutet. Ja. Sie dürfen nämlich nochmal ziehen. Ja! Haben Sie schon mal vom vierten Straßenpreis gehört? Ja. Wissen Sie, was der noch mit sich bringt? War das das Auto? Schauen wir mal rein, oder? Ja! Ja! Ein nagelneuer 1er, Baby. Herzlichen Glückwunsch. Ja! Ich spiele schon eine ganze Weile bei der deutschen Postcode Lotterie mit. Und ja, diesmal hat das Glück mich getroffen. Ich würde den Nachtbahnen raten, auch ein Los von der Postcode Lotterie zu kaufen. Ich habe schon öfters kleinere Gewinne bei der Postcode Lotterie gehabt. Zum einen werden soziale Projekte unterstützt. Und hier ist der Hauptgewinn. Diesmal hat es mich getroffen. Ich bin zum glücklichsten Mensch in der Welt gemacht worden. Jetzt lange damit etwas fällt. Ich bin zum schönen. car